Ich habe einfach die Aufgabe vom letzten Beispiel ein bisschen erweitert. Im letzten Beispiel stand da rechts eine 0. Jetzt steht keine 0 mehr drin. Was ändert sich? Was sich nicht ändert, ich habe wieder einen Nenner, also das untere, und ein Nenner darf nie 0 werden. Also muss ich wieder, auch wenn es nicht gefragt ist, meine verbotenen Werte betrachten. Der Nenner darf nicht 0 sein, das heißt, x darf nicht 1 sein. Bleibt so stehen. Falls ich in der Lösung zum Schluss rauskriege, x gleich 1, ist das nicht erlaubt. In allen anderen Fällen interessiert mich das nicht mehr. Was mache ich? Natürlich, Nenner sind immer böse, also multipliziere ich auch hier mit dem Nenner. Links kürzt sich der Nenner mit der Klammer weg, deswegen multipliziere ich auch damit. Das heißt, links habe ich nur noch stehen, x plus 3. Rechts, ich muss ja das Ganze damit multiplizieren, also brauche ich jetzt eine Klammer um das x minus x und multipliziere dieses mit der Klammer x minus 1. Was habe ich jetzt erreicht? Ich habe plötzlich keine Bruchgleichung mehr, ich habe nur noch eine normale, in Anführungsstrichen, Gleichung. Ich habe hier allerdings zwei Klammern und die muss ich auflösen. Links bleibt es also stehen und rechts multipliziere ich einfach aus. 6 mal x sind 6x, 6 mal minus 1 sind minus 6, minus x mal x sind minus x², minus x mal minus 1 sind plus x. Ich habe eine quadratische Gleichung, wegen dem x², das heißt, ich weiß schon, irgendwann mal werde ich vermutlich Mitternachtsformel brauchen, also ABC-Formel oder PQ-Formel. Erstmal bringe ich alles nach links. Wenn ich das x² nach links bringe, wird das zu plus x², also habe ich links stehen, plus x². x², 6x plus x sind 7x, wenn ich die rüber bringe, x minus 7x sind minus 6x und Zahlen ohne alles habe ich hier stehen, 3 und minus 6. Wenn ich die minus 6 nach links bringe, kommt die mit plus 6 rüber. Ich habe also 3 plus 6 sind 9. Jetzt steht rechts nichts mehr. Und auch hier gilt wieder, ich habe eine quadratische Gleichung erhalten. Die löse ich entweder mit der ABC-Formel oder mit der PQ-Formel. Dürfen Sie gerne machen. Und falls Sie einen guten Tag haben oder vor ein paar Beispielaufgaben aufgepasst haben, merken Sie, oh, das ist eine binomische Formel. Das heißt, ich könnte dieses Ganze schreiben als x² minus 6x plus 9 ist das Binom von x minus 3 Quadrat. Also steht hier x minus 3 Quadrat gleich 0. Ziehe die Wurzel. Und komme auf x minus 3 gleich 0. Sprich, oh, der Pfeil ist in der falschen Farbe, müssen wir natürlich mit blau machen. So, sehr schön. Wenn ich die 3 rüber bringe, habe ich x gleich 3. Das ist ein wundervolles Ergebnis. Und damit beenden wir die Berechnung von dieser wunderbaren Bruchgleichung. Und dann geht das ja für euch. Und dann geht das ja mal. Wie wird das denn danach? Vielen Dank.